Okay, wir sind Samurai Man, zeigt uns jetzt, wie man mit einem Katana eine Flasche Champagner sabliert oder in dem Fall jetzt ein Cremant. Schön vorsichtig rausnehmen aus dem Kübel, gucken, dass da keine Reste dran sind. Genau, erstmal das Katana ruhig noch reingelassen. Ja, schön den Bläser vorkühlen. Ja, schön den Bläser. Ja, schön den Bläser. Ja, musst du aufdrehen, so ein Körbchen. Genau, hier runter, vorsichtig, damit der Koch muss ich gleich von alleine kommen. So, nochmal die Nadel wegnehmen, so, jetzt die Flasche zu halten, dass du die Naht hast. Siehst du die Naht? Ja. Okay. Und jetzt? Ja, passt gut. Yeah, sehr geil. Gut, einchecken. Ach so. So, ich hab mich noch zu Ende. Ach so. Okay. Ja, dann schick mal ein. Cremant. Machen wir noch ein bisschen. Genau, so ist schön. Hervorragend. Danke dir. Danke. 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 Danke.